hallo und herzlich willkommen zu diesem let's play von world of tanks mit mir und dem is7 karte tschakoff ist am start und ja den is7 muss ich sagen finde ich sehr sehr cool mein erster 10er meine erste große liebe weil ich hier das klaren tag sehe übrigens nach wie vor wer lust auf dem funfeier am clan hat das immer gern bei eikbar bewerben mittlerweile die erfordernisse auf eine wm 8 von 800 reduziert also dementsprechend sollte da jeder einigermaßen normale spieler doch reinkommen können der lust darauf hat keinen cw zu spielen gut genug gewerbung gemacht tschakoff die karte ihr 7 und ich sehe ich habe den echt schon lange gespielt weil ich deutlich mehr premium als normaler was echt nicht nötig ist durchschlag 250 303 mit premium aber ja ich habe halt den früher gerne im bollwerk gespielt und daher kommt dass ich da natürlich ein bisschen mehr premium habe als ich sonst auf die fans dann immer dabei habe oder haben würde so jetzt tschakoff mag ich eigentlich ganz gerne ich sage bewusst eigentlich weil wenn ich jetzt auch die fresse bekommen dann kann ich sage ich ihr wisst ja ich mag die karte gar nicht ganz simpel ich hoffe mal dass viele fahren ist nämlich wieder in die mitte da ist immer sehr sehr viel los der guckt nicht er guckt nicht er guckt nicht er guckt nicht er hat nicht geguckt wie man gesehen hat hatte ich da alle zeit der welt um einzuämmen kommen noch mal raus der ehren 100 hätte ich jetzt gerne aber zu offensiv will ich da auch nicht fahren keine witzger ja wallab wallab ach fuck you ja natürlich kann er noch mal zurückfahren ja wir haben sich mal angekratzt jetzt kommen sie hier gut durch jetzt müssen wir hier weiter fahren also ich werde jetzt hier versuchen zu verteidigen aber es ist nicht so einfach jetzt hat er mittlerweile genauso viel gelitten unter mir wie ich unter ihm kommt dann leo so knapp so brauche ich jetzt oben durch den turm durch mein freund kenne ich nix auch den ehren 100 den kann man gut oben durchschießen schade ich dachte ich hätte ihn jetzt kommen sie rum jetzt ist hier das meiste der gegner vor mir nein ich habe ihn ins haus geschossen sehr sehr ärgerlich ja schade war eigentlich eine gute runde bis dahin 4000 damage und das in sehr sehr kurzer zeit aber man sieht halt immer wenn hier die gegner oder wenn hier das team schnell in dieses zentrum hier fährt und dann nicht schnell genug rumkommt dann ist natürlich der gegner der hier die außenbahn nimmt dann im vorteil weil er natürlich einfach mehrere zugriffswege hat also dementsprechend wenn hier zu viele leute reinfahren nimmt nicht den weg sondern hilft dem team ein bisschen besser aber trotzdem nichts das oder nichtsdestotrotz glaube ich eine gut sehenswerte runde weil 4100 schaden macht man ja auch nicht jede runde bis auf den einen doofen hit oder den einen nicht gut getroffenen muss ich auch sagen war ich im großen und ganzen sonst sehr zufrieden weil ich denke dass ich den heavy job recht solide erfüllt habe ein kill wäre schön gewesen aber naja ihr seht 9 15 und ich wage mal zu behaupten dass ich im schaden einer der besten bei uns im team war und dementsprechend habe ich dann da hoffentlich gut was machen können so wir gucken mal team auswertung im schaden platz 1 von den xp ganz knapp geschlagen auf platz 2 aber ihr seht hier unten ganz schön viele die nuller haben oder mit einer iso 167 m 103 das ist alles nicht so wirklich prickelnd ja noch mal 2000 knapp abgewährt und 4100 gemacht und das in gerade mal drei minuten 41 also von dem her kann man das lassen ja mit was fahre ich den panzer vielleicht auch noch mal eine ganz kurze notiz lüfter dem richter antrieb und dem ansetzer das sind so meine und ich würde so als standard konfiguration sagen so was weiß ich so würde ich normalerweise eher fahren ja das war's dann vielen dank dass ihr zugeschaut habt ich hoffe euch hat trotzdem einigermaßen gefallen wünsche ich alles gute bis zum nächsten mal euer karamba